Moin Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin wieder hier, euer Tobro und wir befinden uns heute so ein bisschen mit der Familie Slowfox in Sims. Mit dabei, dieses Mal meine Tochter wieder. Hallo Leute! So, wir spielen ein bisschen. Ich habe jetzt auch gerade die Kamera so ein bisschen als Facecam. Falls das einigermaßen gut aussieht, dann werde ich das auch weiterhin oben als Facecam benutzen. Eigentlich geht es jetzt nur darum, den Sound von uns beiden perfekt einzufassen. Sie sitzt genau neben mir, damit wir schön miteinander zocken können. Beziehungsweise wir werden das wie GLP und Paluten machen. Falls es hiervon mehrere Parts geben wird, werde ich ein Part übernehmen und sie ein Part übernehmen. Natürlich wird sie sich nicht zeigen vor der Kamera. Wir sind gerade bloß am überlegen, wo wir hinziehen, wir beiden. Vielleicht am Anfang bei den ersten, weil das nicht so teuer ist. Das ist eine gute Idee. Willow Creek, das ist nicht ganz so teuer. Ich hätte gesagt, wir gehen in die Stadt, aber die Stadt ist halt ziemlich teuer, das stimmt schon. Oder gehen wir in eine Oase und warten, dass vielleicht ein Alien kommt. Oh. Ne? Ne. Keine Aliens? Bei einer Vampir will es nicht? Nein, ist auch nicht so cool. Da habe ich, als ich noch in meiner eigenen Mensch war, habe ich selbst gewohnt und ja. Ein bisschen Richtung Mikrofon gucken, mein Kind. Okay. Dann gehen wir halt in Willow Creek. Ist ja eigentlich egal und nehmen wir uns hier ein günstiges Haus, würde ich mal so sagen, oder? Ich würde sagen, ja das. 13, 16, 15, ja 13 ist am günstigsten, ne? Zwei Schlafzimmer. Das muss reichen. Na gut, aber möbliert nehmen wir es, ne? Ja. Okay, wir nehmen es möbliert. Live-Modus. Nein, ich möchte kein Tutorial oder sonstiges starten. Das möchten wir nicht. Wir möchten das wirklich so ein bisschen live erleben. Immer einmal hier mal kurz auf Pause. Wir werden das auch schön ancut lassen oder versuchen einigermaßen ancut zu lassen. Ganz einfach, weil auch die Musik hier schön im Hintergrund läuft. Die will ich auch laufen lassen, wenn sie denn mal richtig läuft. Ich finde unser Haus voll schön. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus, ne? Auch wenn du noch ein bisschen anderes Bett brauchst, auf jeden Fall. Weil wenn ich jetzt hier sehe, Baumodus, Baumodus, ja, ich weiß. Das machen wir mal weg und kaufen dir mal ein richtiges Kinderbett. So, wo sind denn die? Äh, für Erwachsene. Ach, unbequem für Erwachsene. Ist das ein Kinderbett? Genau, glaub mal. Ja, das ist ein Kinderbett. Hier, schön in pink. Das ist auf jeden Fall das Richtige. Oh, passt nicht mit Manana. Was sagst du? Das hat eben nicht in den Heben an der Nägel passt. Ne, das passt nicht. Das schaffst du recht. Teddy! Teddy? Oh, da ist ein Hund. Oder eine Katze. Das ist ein Pferd. Pferd! Na, das kriegst du noch. Und wie so ein Bärenvampir. Jo, cool. Haben wir noch 8000? Ich habe ein mächtig großes Zimmer hier irgendwie, ne? Ja. Das brauche ich doch eigentlich gar nicht so groß, aber das ist okay. Du machst eben da später eine kleine Zuckerecke. Ich mache da jetzt gleich eine kleine Zuckerecke, glaube ich. Gibt extra. Ja, ich weiß, es gibt extra dafür. PC, aber das sind die gleichen. Guck mal. Ich würde auch hier so einen kleinen nehmen. Über den Kackel. Einen großen nehmen wir, ne? Ja. Noch mal einen Stuhl? Oh, Chefsessel. Das passt. Ja, das passt gut. Genau, den haben GLP und Paluten auch. Wo weißt du, wo das GLP den hat? Vielleicht. Der zeigt sich doch eigentlich gar nicht. Ich meine Teams. Ach so. Auf jeden Fall erstmal, meine Kopfhörer sitzen jetzt so ein bisschen beschissen, ich weiß, aber ansonsten höre ich ganz einfach meine Tochter auch nicht. Wichtige Lektionen lernen. Das ist immer ganz wichtig. Ich bring dir auch öfter lebe ich die Lektionen bei, oder? Nö. Was? Erzähl doch nicht sowas. Karriere einschlagen. Das ist kein Job. Jetzt gleich schon. Computerfreak. Was nehmen wir überhaupt für einen Job? Das soll ja nicht werden. Wenn ich Computerfreak bin, werde ich auch wieder irgendwie programmieren oder sowas, ne? Genau, das gleiche wie Dings. Vielleicht Elsa auch als YouTuber. Äh, was war denn das? Äh, keine Ahnung. Soziale Medien? Ja, glaube, das ist... Technik-Gurü? Das ist, glaube ich, Baluten oder so. Ah, ich mach soziale Medien mal, ne? Oder was bringt das? Das bringt 16 die Stunde. Das bringt 31 die Stunde, Technik-Gurü. 31 die Stunde. Puh. Und wie immer Telefon klingelt. Handy, seid leise. Soziale Netzwerke? Ich will das, was mehr nimmt. Oder Technik-Gurü? Technik-Gurü. Na gut, dann machen wir mal die Technik-Gurü. Lisa guckt sich wieder mal an hier. Das ist ein kleiner Papier. Hat Sozialfähigkeit erworben. Ist klar. Das ist jetzt so klar. Das ist so klar. Es gibt ein PC im Haushalt. Und wer muss zocken? Wer zockt? Das ist die Lisa. Was zockt sie denn überhaupt da? Das sieht aus wie Sims 1. Ja, sieht sie auch. Ach, wie sie sich knuschen. Da sind sie da klar. Und denkt an aliens. Oh, oh, oh. Das ist typisch Lisa. Das habe ich wohl gut ausgesucht, ne? Na ja, war wieder klar. Was ist denn das hier? Ach, das ist ein Fernseher, ne? Das ist ein Mini-Fernseher. Alter Vater. Wir haben echt schlechtes Toilette. Wir haben die Sitz auch ein bisschen schlecht, ne? Die bauen wir mal um, damit die Mama da besser rankommt. Kann man natürlich wieder nicht. Weißt du, riesen Schlaf unten vor allem offene Schlafzimmer. Und das Klo, das ist echt winzig. So. Dann bauen wir das nämlich alles mal ein bisschen. Spiegel muss auch um. Umsetzen? Kann ich gar nicht. Okay. Wahrscheinlich, weil da der Ausgang der Dusche ist, oder was? Ja. Also diesen Fernseher, weiß ich nicht. Zu klein. Den packen wir mal da hin. Jo. Da muss ich mich ja auf meinen Bär setzen. Vielleicht kannst du das sogar. Ey, das wäre cool. Das geht. Das geht ja. Das probiere ich gleich mal aus, bevor ich jetzt hier die Couch kaufe. Das probiere ich mal aus, ob das geht. Ja. Das geht, das ist cool, Alter. Das ist wirklich geil. Wo waren jetzt die Fernseher? Da war Fernseher. Ich wollte aber noch einen Couch nutzen. Pinguin. Da war Pinguin. Wo ist ein Pinguin? Oh Gott, jetzt werden Kinderfern leer. Soll ich da auch Säulen reinstellen? In deinem Zimmer? In deinem richtigen Zimmer? Ja. Ach so, aber so ist er allein, wirst du dann haben. Der ist aber dann aber nur so groß. Äh, der nicht. Ich hab einen größeren. Ach so. Ungefähr so wie die, äh, keine Ahnung. So wie der hier ungefähr? Nö, größer. Na, so ein Riesending hast du nicht. Nein, ein bisschen kleiner noch. Aber das passt schon ungefähr hier, die Größe. So groß ist dein Lapp? Stopp. Nee. Hey, mein Laptop ist viel kleiner. Einfach Masse auf den Boden gestellt. Und damit ich nicht mehr so viel kochen brauche, wir haben ja noch relativ gutes Geld, kaufen wir mal einen richtig schönen Kühlschrank. Einen schönen guten Kühlschrank. Hier so einen Retro-Kühlschrank. Nein. So einen weißen hier. Der sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, das passt. Dann noch mal einen schönen Herd, der vielleicht nicht sofort beim ersten Mal anfängt abzufackern. Was ist das hier? Breite Abzughaube. Okay. Das, die sind aber auch neu, ne? Ja, sind sie. Glaub ich. Also bei Sims 3 waren die auf jeden Fall nicht mit dabei. Das habe ich ja auch gezockt, wie ein Mann, wie ein Guppi. Tick mal so, ne? Und dann mache ich jetzt einen normalen Herd hin. Da gibt es ja gar nicht so viele. Ach, die sind alle so teuer, ne? Na, nehmen wir den. Noch eine Mikrowelle? Brauchen wir eigentlich nicht. Ach, na klar. Und eine Kaffermaschine. Was ist los? Die Kaffermaschine ist wichtig. Für dich. Eine Mikrowelle auch. Was ist das denn hier? Törtchenfabrik. Wir können nur seinen Kuchen backen. Packst du in dein Zimmer. Du hast doch ein Riesenzimmer. Ja, ist klar. Wo soll ich denn das hin auch hinpacken? Was? Draußen? Nö, das kaufen wir irgendwo anders. So, ich würde sagen, jetzt fahren wir mal richtig an hier. Mal gucken, ob ich mich auf ein Teddy setze. Genau, das wolltest du ja eigentlich gucken. Reden. Umarmen. Neuen Namen geben. Spielen. Nö. Schade, kannst du nicht. Dann müssen wir einen kleinen Sitz kaufen. Dann muss ich mal gucken, vielleicht gibt es da irgendwie so eine Art. Vielleicht gibt es hier auch so einen, warte, so einen. So einen Sack oder sowas. Ja. Oh, der Bär. Teddybär. Ja, in einer anderen Farbe. Hier. Das ist doch kein Teddybär. Was ist das denn? Keine Ahnung. Oh, den will ich. Sieht ein bisschen aus wie Löwe. Ja, hier. Steht zwar der Kühlschrank so ein bisschen neben dem Weg, aber das ist ja egal. Kann sie auch lernen. Auktion. Runde bilden. Nein. Singen üben. Outfit ändern. Ja, singen üben, das macht sie auch gerne, ja. Mal sehen, was sie jetzt machen. Plaudern. Seid doch mal leise Handys, wir nehmen gerade auf. Tja, das ist auch immer mein Gedanke. Hier, eine Freundin für dich? Das müsste ein Teenie sein, ne? Ja, ist ein Teenie. Und es kommt so in so ein Haus. Nee, junge Erwachsene. Also ein Satz für den bärtigen Turbo. Lustig vorstellen. Da kommt noch jemand. Noch jemand. Besser. Glaub ich. Was ist das eigentlich für eine Musik im Hintergrund? Hörst du die auch? Ja. Zeig dir mal ein Zeichen. Das ist eine normale Musik. Ja, die kenne ich gar nicht. Ach du Scheiße, sind das auf einmal viele. Die alte Oma kannst du wegschicken. Welche alte Oma? Das ist eine alte Oma. Welche alte Oma? Na, die nehmen den. Die hier? Nein. Die? Nein, die da. Nein, ja. Das ist ein junger Erwachsene. Das ist eine alte Oma. Oder ein alter Opa. Also vor weiter weg. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Aber das blonde Mädchen sieht schön aus, ne? Ja. Aikadamba. Wenn irgendwer Dings, also wenn irgendjemand schon Dings, also sie schon einen Freund hat, hat Pech gehabt, ne? Dein Name Pech gehabt. Du. Vielleicht. Eventuell. Vielleicht werde ich auch ein Vampir und sperre sie alle im Keller ein. In Marke Paluten und GLP. Ja. Hauptsächlich GLP. Und was macht Lisa wieder? Zocken. Ich denke selbst an das Spiel. Oh, ich werde verlieren. Das sieht man. Aha. Ab und pro, du kannst auf Angeln gehen. Das stimmt. Vielleicht kann man irgendwas... Da. Haben wir gleich eine Angestelle hier. Und da hinten. Da auch. Ja. Und das ist sehr gut, dass hier so viele umherlaufen, gerade wenn man sich als Vampir verwandelt. Aber machen wir es? Machen wir Vampir? Schreib es einfach mal unten rein. Hashtag ja, Hashtag nein. Ich sehe schon. Ich glaube, sie weiß ganz genau wie das funktioniert. Ich gucke ihr auch zu viel. Ich glaube auch. Du musst jetzt die Tür verschließen, dann kommt sie nicht mehr raus. Wie laufe ich denn hier? Für Interessenreden? Würde ich noch nicht machen, Liebe. Weil wer weiß, ob sie einen Freund hat. Den schicken wir weg. Bitten zu gehen. Sie nicht. Bitten zu gehen. Oh, sie ist schon raus. Jetzt geh rein und spiel sie ein. Ey. Nur einer hört. Ich glaube, die haben alle Langeweile, glaube ich, irgendwie. Der nimmt unseren Teller... Hä? Wie hat der das denn da durch... Hä? 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 Ich glaube, der weiß nicht, dass da eine Wand ist. Nach Karrierefragen? Ich würde schon Angst... Merk mal. Gelernt aktiv. Ist eine aktive. Und weißt du, was du jetzt machst? Was? Aufräumen. Ich gelesen. Ja, das stimmt aber nicht wirklich. So. Aber das macht man. Sim. Das mit Zocken, das hat schon mit am besten gepasst. Aufräumen passt gar nicht. Halt. Bevor ihr irgendwas macht. Dramatische Geschichte erzählen. Ja, es war romantisch. Flirten. Fragen, ob es Sim similar ist. Hanno. Oh, er muss sich da wieder hinsetzen. Das passt zu uns. Kannst du mal aufstehen und dich nicht über den Rücken erzählen? Oh, Mann. Naja. Oh, Lila räumt schön auf. Müll leeren. Telefone sind auch schon wieder am Klingeln. Al... Können die nicht leise sein? Füßi. Oh, der... Jetzt habe ich nicht mitgekriegt. Ist sie jetzt Single oder nicht? Muss nochmal. Mensch, hör auf mit den Scheiß Computer da oben. Geh in da und... Endlich. Guckt die denn da? Verspielt. Die ist verspielt. Oh. Schlüpferige Frage, Frank. Anmachen. Und was, wenn sie nicht Single ist? Dann laufe ich jetzt gleich gegen den Baum. Summer Holiday. Summer Holiday. Der Grabe passt ja auch noch. Holiday. Juchu. Ich wollte gerade sagen, verspielt ist sie. Passt doch. Kannst du irgendwie lernen? Hast du irgendwie eine Hausaufgabe oder sowas? Sozial... Tatsache. Grundschulhausaufgaben. Hausaufgaben machen. Ich muss los. Danke, für die Zeit genommen hast. Okay. So. Er ist kokett. Ich brauche erstmal, glaube ich, eine Dusche dafür. Nach, ähm, super... Kalte Dusche. Also, wenn du halt sie Single ist und so, dann, ähm, kommt, ähm, noch was anderes. Also, eine andere Form kokett. Und, ja. So, erstmal eine kalte Dusche nehmen. Apropos Papa, in meiner Welt mein Sim, der ist schwanger. Mit zwei Kindern. Aua. Aua, Aua. Und sie ist auch noch ein Vampir. Aua, Aua. 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 Vielen Dank.